Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ingrid? Ja? Heute ist doch Valentinstag. Ja. Und? Ich flieg heute Abend noch nach Buenos Aires. Da wollten wir doch... Da wollten wir beide zusammen hin. Ich hab mir diesen Abend richtig verdient. Nachher willst du bestimmt noch ein bisschen Sex. Scheiße, Kevin, was ist los mit dir? Träumst du schon mit offenen Augen? Sie betrachten mich wie eine Art Tour de France mit all den Kurven und haben Angst zu versagen. Hast du die ganze Käsesauce gegessen? Er ist gut. Ja? Ja. Nach 20 Jahren kommt dieser Idiot hier rein, schaut dir kurz in die Augen und schon wird er nicht... Ich hab ihn immer noch gern. Hör auf zu essen! So kann der Chef nicht arbeiten. All den Jahren bin ich treu gewesen wie ein Hund. Ach, bist du jetzt mein Hundilein? Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, ganz prima. Untertitelung des ZDF, 2020